Von Ausländern hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Parken nur für einheimische Hausfrauen. Manchmal muss man einen Verkehrsunfall riskieren, um einen Unfall beim Verkehr zu vermeiden. Die Frau hat einen Autofahrer mit Liebesspielen vom Verkehr abgelenkt. Gerade im Trauerfall ist es ja auch nicht leicht, die rechten Worte zu finden. Dr. Elfriede G. ist von uns gegangen. Wir wünschen ihr alles Gute. Paar mache ich mit. Heilfasten. Sechs Tage mit Fullpension. Wer dringend muss, der klappt auch diesen Deckel hoch. Öffentliches WC. Es kann nicht schaden, wenn man bei der Jobsuche seine Qualitäten herausstreicht. Kaufmann sucht neues Aufgabengebiet. Langjährige Erfahrung in Vertrieb, Einkauf, Personalverführung. Mit dem richtigen Namen bringt man es bei der Thuringia-Versicherung schnell zur eigenen Generalvertretung. Max schadenfroh. Gut, die Aussichten waren nicht besonders, aber einen Versuch war es wert. Man habe vergeblich versucht, den Verstorbenen von etwas anderem zu überzeugen. Selbst breiartige Gerichte lehnte der Tote ab. Diese Autovermietung auf Kreta wendet sich an einen ganz speziellen Kundenkreis. Der Fahrer darf nicht fahren, ohne unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu stehen. Und hier noch der Beweis, dass auch ABC-Schüler schon logisch denken können. Der Zucker ist eine weiße Masse, die den Kaffee bitter macht, wenn man vergisst, ihn hineinzutun. Und hier den Kaffee biegelt. Vielen Dank.